Was ist der Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Kontur? Eine schlechte Kontur im mechanischen Sinne ist diejenige, die den Kraftfluss zwingt, die Richtung zu ändern. Sie stört den Kraftfluss und dadurch entstehen lokale Spannungskonzentrationen, die den Ermüdungsbruch auslösen. Dagegen ist eine gute Kontur diejenige, die an den Kraftfluss angepasst ist. Das heißt, es gibt keine Richtungsänderungen, dadurch sind die Spannungen entlang der Kontur homogen verteilt. Das Spannungsniveau ist gering und damit die Konstruktion langlebig. Schauen wir uns die beiden Konturen an. Oben eine Kontur, entstanden als Aneinanderreihung von Linien und Radien. So entstehen auch heute noch ganz viele Konstruktionen und diese Art der Konturentstehung ist schlecht. Warum ist es so? Dazu wenden wir einmal die Krümmungsanalyse an. Und die Krümmungsanalyse zeigt uns die Schroffheit der Richtungsänderung. Und folgendes Analogiebeispiel. Stell dir folgendes vor. Du fährst mit einem Motorrad auf einer Straße von links nach rechts. Zuerst ist die Straße schnurgerade. Du bewegst dich auf dieser Straße. Und jetzt anstatt weich in die Kurve einzubiegen, machst du erstmal gar nichts, nährst dich dieser Kurve und plötzlich lenkst du nach links um. Was wird passieren? Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Querkräfte dich aus der Bahn werfen. Das ist natürlich ein absolut unnatürliches Fahrverhalten. So wird auch kein Mensch fahren. Aber sinngemäß genau das gleiche passiert auch mit dem Kraftfluss. Denn in diesem Fall wird der Kraftfluss erstmal gar nicht umgelenkt. Und dann haben wir einen Radius und hier maximale Krümmung. Und an dieser Stelle wird der Kraftfluss sehr schroff umgelenkt. Und genau da entstehen lokale Spannungsspitzen, die den Ermüdungsbruch auslösen. Wie ist die Lösung? Wenn man aber eine weiche Kontur, eine krümmungsoptimierte Kontur macht, dann würde man zum Beispiel mit einem Motorrad sehr weich in die Kurve einlenken. Und das wäre kein Problem. Genauso auch mit dem Kraftfluss. Auch hier wird der Kraftfluss sehr weich umgelenkt. Und es gibt keine lokale Spannungskonzentration. Homogene Spannungsverteilung, geringes Spannungsniveau, langlebige Konstruktion. Das sind die Folgen. Schauen wir uns jetzt dazu eine FEM-Berechnung an. Und die Auswirkungen der Konturoptimierung auf A. Die Spannungsverteilung und B. Das Spannungsniveau. Hier sind die beiden Tragstrukturen. Einmal oben dargestellt mit einer Kontur als Aneinanderreihung von Linien und Radien. So wie man das nicht machen soll. Und unten eine krümmungsoptimierte Kontur, die wir gerade auch gesehen haben. Die beiden Tragstrukturen werden auf der einen Seite links fest eingespannt. Und auf der anderen Seite mit axialen Zugkräften werden die belastet. Und nun machen wir jetzt für diese Tragstruktur FEM-Berechnung. Und so sehen dann die Spannungsbilder aus. Das ist die Spannungsverteilung für die beiden Strukturen. Hier sind die Hauptzugspannungen, die auch den Ermüdungsbruch auslösen. Und wenn wir jetzt die Spannungsverteilung vergleichen, dann sehen wir auf der einen Seite extrem inhomogene Spannungsverteilung. Und hier unten dargestellt homogene Spannungsverteilung. Und das wirkt sich natürlich auf das Spannungsniveau aus. Wenn wir uns den ersten Übergang anschauen, dann haben wir hier maximale Spannungen, also Größenordnung um die 60 Megapaskal. Im optimierten Zustand sind es ungefähr 23 Megapaskal. An dieser Stelle maximale Spannungen, Größenordnung um die 82 Megapaskal. Im optimierten Zustand sind es um die 38 Megapaskal. Und die maximalen Spannungen hier vorne, in diesem Übergang, liegen bei 100 Megapaskal. Während es im optimierten Zustand sind die Spannungen, bewegen sich im Größenordnung auf die 45 Megapaskal. Das bedeutet, wir haben durch die Konturoptimierung den Spannungsverlauf homogenisiert und die Spitzenspannungen von 100 Megapaskal auf 45 Megapaskal, also minus 55 Prozent, reduziert. Nun stellt sich jetzt die Frage, wie wirkt sich die Spannungshomogenisierung und damit die Spannungsreduzierung auf die Lebensdauer der Konstruktion aus? Wir haben im ersten Schritt die Konturen optimiert, im zweiten Schritt haben wir die Lastspannungen berechnet und jetzt können wir im dritten Schritt die Erhöhung der Lebensdauer abschätzen, mit Hilfe dieser Wöhlerlinie. Und zwar, wir haben am Anfang maximale Spannungen von ungefähr 100 Megapaskal gehabt und das bedeutet, wenn wir auf die Wöhlerlinie gehen, dass die Lastspielzahl ungefähr bei 10.000 Lastspielen liegt. Durch die Konturoptimierung haben wir die Spannungen reduziert auf ungefähr 45 Megapaskal und das führt zu einer Lastspielzahl von ungefähr 1,5 Millionen Lastspielen. Mit anderen Worten, wir haben die Spannungen um minus 55 Prozent reduziert und dadurch die Lebensdauer der Konstruktion um plus 150-fache erhöht. Nochmal in Kurzform. Was müssen wir vermeiden? Wir müssen bei mechanischen Konstruktionen Konturen vermeiden, die durch eine Aneinanderreihung von Linien und Radien entstehen. Der Grund, solche Konturen führen zu schroffer Kraftflussumlenkung, lokalen Spannungskonzentration und damit zu kurzlebigen Bauteilen. Auf der anderen Seite sollten wir anstreben, krümmungsoptimierte Konturen, bei denen der Kraftfluss weich umgelenkt wird, die Spannung entlang der Kontur homogen verteilt wird und damit die Bauteile langlebig sind. Also das vermeiden und das anstreben.